Hallo Tayo! Klicken Sie sich hier, um sich anzumelden! Nana fährt in die Stadt. Ein Bus vom Land namens Nana fährt in die überfüllte Hauptstadt. Wow, wow! Die Stadt ist ganz anders als das Land. Ich frage mich, wie Sie alle Gebäude hier so groß gemacht haben. Achten Sie beim Fahren auf die Straße! Es tut mir wirklich leid! Die Autos in der Stadt sind gemein! Diese Straße scheint etwas ruhiger zu sein. Ich werde hier langfahren. Die Straße ist gesperrt! Blockieren Sie die Straße absichtlich? Da komme ich ganz sicherlich durch! Ich habe Sie noch nie gesehen! Hallo! Oh, du hast mich erschreckt! Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken! Aber warum stehst du hier? Sie versperren mir den Weg! Oh, was? Oh, du kannst sie bitten, zur Seite zu fahren! Max, kannst du zur Seite fahren? Du blockierst die Straße! Ah, verstehe! Tut mir leid, Tayo! Kein Problem! Okay, los geht's! Danke! Ich hatte Angst zu fragen! Völlig unnötig! Wir sind alle Freunde hier! Wer bist du? Ich bin Nana! Ich komme vom Land, um die Stadt zu sehen! Wow, du bist vom Land! Mein Name ist Tayo! Bist du zum ersten Mal hier? Meine Strecke führt an vielen schönen Orten vorbei! Willst du mir folgen? Wirklich? Das wäre toll, da ich die Gegend nicht kenne! Vielen Dank! Los geht's! Fahren wir! Tayo zeigte Nana die ganze Stadt! Wow! Oh! 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 Das ist so hübsch! Es ist so schön! Und? Du machst es dir Spaß? Hallo, Matt! Schön, dich zu sehen, Tayo! Das ist bestimmt die U-Bahn! Wie geht es dir? Gut! Wow! Tayo kennt sogar die U-Bahn! Oh! Schön, dich kennenzulernen! Du bist also vom Land! Meine Güte! Woher weißt du das? Wegen deiner Farbe! Du hast eine andere Farbe als andere Grusse! Du weißt ja alles, Matt! Na dann, viel Spaß! Bis bald! Bis bald! Wow! Tayo hat viele tolle Freunde! Tayo! Oh! Oh! Hallo, Bonbon! Hallihallo! Also, fährst du schon alleine? Ja! Ich bin der Erste von all meinen Freunden, der alleine fahren darf! Wirklich? Gut gemacht, Bonbon! Ja, dank dir! Ich fuhr so, wie du es mir beigebracht hast und alle fanden mich toll! Das ist toll! Glückwunsch! Tayo unterrichtet also auch die jungen Busse! Tayo, ich werde viel üben und genauso werden wie du! In Ordnung! Bis bald! Auf Wiedersehen! Tayo! Du bist wirklich so cool! Oh, was? Du hast tolle Freunde und kennst alle Straßen! Oh, das ist nichts Besonderes! Bist du der Boss aller Busse? Oh, Boss? Es stimmt, oder? Sehe ich so cool aus? Ich schätze, man kann sagen, dass ich der Boss bin! Wow! Ich bin so glücklich, mit dem Boss durch die Stadt zu touren! Äh, ich hab noch so einiges zu tun, also ich fahr dann mal! Jetzt schon? Haha, tut mir leid! Schon okay! Ich komm alleine zurecht! Gut, bis demnächst! Hihi! Danke für heute, Boss! Hihi! Tayo, der Boss? Ich hoffe, ich habe damit nicht angegeben! Tayo beendete seine Arbeit und kam zurück zum Depot! Hallo zusammen! Hahaha! Oh? Boss! Nana! Wow, schön dich zu sehen! Nana! Was machst du denn hier? Ich habe mich verfahren, aber Situ hat mich gefunden und hierher gebracht! Sie kommt von weit her, also sagte ich ihr, sie könne hier übernachten! Was? Ihr beide kennt euch? Ja! Der Boss hat mir heute die Stadt gezeigt! Tayo, der Boss? Ja! Dank ihm hat es mir viel Spaß gemacht! Ich kann dir bessere Orte zeigen, wenn du mit mir fährst! Was hast du gesagt? Wie kannst du es wagen, so über den Boss zu reden? Hä? Oh, nein! Nana, willst du den Rest der Stadt sehen? Klar, Boss! Oh, okay, los geht's! Was? Warum mögen alle immer nur Tayo? Tayo, der Boss? Sie denkt wirklich, dass ich der Boss bin! Aber ich kann ihr jetzt nicht die Wahrheit sagen! Boss! Wie heißt dieses Gebäude? Oh! Oh, das ist der Stadtturm! Oh ja, richtig! Ich habe den mal im Fernsehen gesehen! Ich möchte dorthin fahren! Was? Oh, nein! Dort war ich noch nie! Bitte, Boss! Aber wenn ich ihr sage, dass ich den Weg nicht kehre, wird sie von mir enttäuscht sein! Also gut! Okay, los geht's! Wow, du bist der beste Boss! Ich kann es von hier aus sehen! So verfahre ich mich nicht! Alles klar, los geht's! Tayo, der kleine Bus! Tayo beschloss mit Nana zum Stadtturm zu fahren. Er ist schwerer zu finden, als ich dachte! Ich glaube, wir sind vorhin hier vorbeigekommen! Boss! Ja? Alle Gebäude in der Stadt sehen gleich aus! Es scheint, als würden wir im Kreis herumfahren! Oh ja, so scheint es, oder? Wir fahren tatsächlich im Kreis herum! Oh! Ich sehe Pet! Ich kann ihn fragen, wie man zum Stadtturm kommt! Nana! Du bleibst hier, okay? Ich komme gleich wieder! Okay! Wo fährt er denn hin? Ah, so fährt man also dahin! Danke, Pet! Bis später dann! Tschüss! Nana wartet bestimmt schon! Ich muss mich beeilen! Wie du siehst, ich kann nicht... Was könnte den Boss aufhalten? Boss? Warum bewegst du dich nicht? Oh, tut mir leid! Aber ich muss hierbleiben! Hast du sie noch alle? Du blockierst die Straße! Du musst aus dem Weg! Oh, der Boss hat gesagt, ich soll hierbleiben! Aus dem Weg mit dir! Oh, okay! Oh nein! Der Boss wird nach mir suchen! Oh nein! Ich habe doch gesagt, sie soll hierbleiben! Wo ist sie bloß? Sie muss woanders hingefahren sein! Oh nein! Oh nein! Nana! Tayo und Nana können einander nicht finden! Boss! Boss! Wo könnte er nur hingefahren sein? Was mache ich nur? Hä? Oh! Ist alles in Ordnung? Oh, Herr Polizist! Tayo, der Boss, sagte mir, ich sollte warten! Aber ich bin alleine losgefahren und habe mich verirrt! Was? Tayo? Du warst mit Tayo unterwegs? Ja! Kannst du ihn für mich finden? Ja, das kann ich! Er hat mich vorhin gefragt, wie man zum Stadtturm fährt! Vielleicht hat sich Tayo auch verirrt! Was meinst du damit? Tayo ist der Boss aller Busse! Er weiß, wie man überall hinkommt! Was? Der Boss? Tayo hat sich wohl einen Scherz erlaubt! Was? Die Busse in dieser Stadt haben keinen Boss! Tayo ist ein junger Bus, der noch viel zu lernen hat! Was soll das heißen? Nana! Nana! Es wird spät! Was, wenn hier etwas passiert ist? Was? Oh, Nana! Wo warst du? Ich habe dich überall gesucht! Ich war ein bisschen spät dran, nicht? Der Stadtturm sieht nachts am schönsten aus! Deshalb wollte ich warten, bis es dunkel wird! Tayo! Pet! Ich habe ihr alles gesagt! Was? Tayo! Wie konntest du Nana herbringen, wenn du noch nicht mal die Gegend kennst? Was, wenn Nana uns nicht begegnet wäre? Oh! Jetzt stecke ich in der Patsche! Hm! Nana! Ich bin eigentlich nur ein kleiner Bus und nicht wirklich der Boss! Hm! Es tut mir leid, dass ich dich angelogen habe! Bist du sauer auf mich, Nana? Nein! Oh! Es ist mir egal, dass du nicht wirklich der Boss bist! Wirklich? Dank dir habe ich eine tolle Tour durch die Stadt gemacht und viele schöne Erinnerungen gesammelt! Ich bin so glücklich, dass ich dich getroffen habe, Tayo! Danke, Nana! Los geht's! Es wird langsam spät! Okay! Tayo! Du kannst gerne mal aufs Land kommen! Ich zeig dir dann meine Farben! Ich bin nämlich der Boss der ländlichen Gegend! Haha! Was? Oh! Tayo, achte darauf, nicht mehr zu lügen! Aber es ist toll, dass Nana eine gute Stadttour bekommen hat! Tayos Weltraumabenteuer Teil 1! Hana und die kleinen Busse sind spätabends vor der Werkstatt! Wann kommt er denn endlich? Das ist ja merkwürdig! Ich bin zu Hause! Oh! Was macht ihr denn hier draußen? Oh! Hi, Tayo! Wir warten auf den Meteorschauer, der heute Abend kommen soll! Wir warten schon so lange, aber er ist immer noch nicht da! Ein Meteorschauer? Oh! Tayo! Ah! Prinzessin Rei! Ich gehe ins Bett! Ich bin müde! Ich auch! Hm! Es wird spät! Wir sollten jetzt langsam alle schlafen gehen! Okay? Okay! Tayo! 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 Hilf mir, Tayo! Ah! Was war das? Oh! Oh! Was ist los, Tayo? Hat... Habt ihr das nicht gehört? Jemand hat meinen Namen gerufen! Wir haben nichts gehört! Du hast bestimmt geträumt! Merkwürdig! Ich bin sicher, was gehört zu haben! Oh! 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 Es ist ein Meteor! Oh! Er ist riesig! Oh! Und er soll direkt in unsere Richtung sein! Oh! Oh! Was ist passiert? Sehen wir nach! Oh! Oh! Da ist gar nichts! Aber wir haben ihn hier fallen gesehen. Tayo! Prinzessin Rei! Tayo, ich wurde von Bulli entführt. Entführt? Du bist der Einzige, der helfen kann. Bitte rette mich. Ja, natürlich. Wo bist du jetzt? Auf der anderen Seite des Silberflusses. Finde ihn. Den Silberfluss? Der Klee-Aufkleber auf deiner Seite wird dir helfen, den Weg zu finden. Was? Beeil dich, Tayo. Finde den Silberfluss. Prinzessin Rei! Was ist gerade passiert, Tayo? Weltraum-Piraten! Ja! Dann müssen wir sie sofort retten. Ja! Nein, ihr bleibt hier. Ich werde sie retten. Ich will euch nicht auch noch in Gefahr bringen. Du kannst nicht alleine gehen. Wir kommen alle mit und helfen dir. Ja, wir sind schließlich deine Freunde. Oh ja! Ach, ihr! Okay, dann gehen wir zusammen die Prinzessin retten. Okay! Aber wie kommen wir ins All? Oh! Ja, richtig! Überlass das mir. Oh! Ha! Ich weiß genau, was ihr braucht. Ich weiß nicht, was ihr braucht. Ich weiß nicht, was ihr braucht. Ja! Ja! Jetzt seid ihr dran, Jungs! Gut, ich bin dran! Ich fliege auch! Ich fliege auch! Habt eine gute Reise, Kinder! Keine Sorge! Auf, los geht's! Ja! Dann geht's los! Dann geht's! Hurra! Wow! Wir sind im Weltraum! Ja! Das ist also der Weltraum! Es ist wunderschön! Okay, jetzt müssen wir den Silberfluss finden! Genau! Das ist toll! Rogi! Hör auf damit! Wir sind nicht zum Spaß hier! Oh, dieser Rogi! Oh! Wow! Meteore! Rogi! Rogi, du kannst nicht alleine losziehen! Rogi, du kannst nicht alleine losziehen! Aber seht mal! Da drüben sind drei Meteore! Oh! 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 Die sehen aus wie Raumschiffe! Oh! Oh! Sehen wir uns die mal an! Oh! Rogi! Oh! Tajo! Oh! 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 Was ist los? Sieht aus, als würde das Boot der Raumschiff geärgert werden. Dann gehen wir ihm helfen. Aber wie? Ich habe eine Idee. Wie wäre es damit? Versucht nicht zu entkommen. Du bist jetzt Käpt'n Bullis Gefangener. Sofort stehen bleiben! Ihr könnt doch kein anderes Raumschiff schikanieren. Lasst ihn sofort gehen! Wisst ihr nicht, wer wir sind? Wir sind Käpt'n Bullis treue Soldaten. Der Weltraumpirat, der die Prinzessin entführt hat? Das können wir nicht widerstandslos durchgehen lassen. Kommt schon, ihr Angsthaben! Na los, stoppt uns! Wie können Sie es fragen? Ja, angriff! Hey du! Wer seid ihr? Psst! Wir sind hier, um dir zu helfen. Komm doch mit! Diese Angsthassen! Jetzt haben wir sie! Ha! Was war denn das? Eine neue Waffe! Mensch, du Kleiner! Okay, Rory! Es ist Zeit für Action! Ha! 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 Danke vielmals für eure Hilfe. Ohne euch wäre ich in große Schwierigkeiten geraten. Es war überhaupt kein Problem. Mein Name ist Quick. Nett, euch kennenzulernen. Also Quick, weißt du etwa, wo der Silberfluss ist? Der Silberfluss? Natürlich weiß ich das. Wieso wollt ihr das wissen? Wir suchen nach Bullis Planeten und haben gehört, dass er gegenüber dem Silberfluss liegt. B-B-Bullis Planet? Da könnt ihr nicht hingehen. Wenn Bulli euch erwischt, seid ihr alle in großer Gefahr. Aber wir müssen dringend die Prinzessin retten! Bitte! Sag uns jetzt, wo der Silberfluss ist! Okay, ich bring euch einfach hin. Wirklich? Ihr habt mir das Leben gerettet. Also möchte ich euch auch gerne helfen. Danke, Vic! Also gut, dann auf geht's zum Silberfluss! Los geht's! Ha! Ja! Die kleinen Busse und Quick flogen los, um den Silberfluss zu suchen. Okay, wir sind da! Wow! Er ist so schön! Er ist wunderschön! Aber wie kommen wir da rüber? Ja! Es dauert Jahre, bis wir auf die andere Seite kommen! Keine Sorge! Ich kenne den Weg! Ach, echt? Da ist er! Wow! Okay, wir müssen uns jetzt an den Zug anhängen! Jetzt! Okay! Okay! Ja! Hier, halt dich fest! Gaby! Nein! Gut! Okay, haltet euch fest! Ah! 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 Wir sind da! Ah! 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 Das war vielleicht eine Fahrt! Tayo! Oh, da ist er. Oh, das ist Bullis Planet. Oh, er sieht wüchterlich aus. Oh, Tayo, dein Aufkleber leuchtet. Das bedeutet bestimmt, dass Prinzessin Ray hier ist. Mit Quicks Hilfe haben die Busse Bullis Planeten gefunden. Können sie Prinzessin Ray retten? Prinzessin, bitte halte durch. Mit Hilfe ihres neuen Freundes Quicks konnten Tayo und die kleinen Busse Bullis Planeten finden, wo Prinzessin Ray gefangen gehalten wird. Werden die kleinen Busse die Prinzessin retten können? Prinzessin, halte durch! Tayos Weltraumabenteuer Teil 2 Durch diesen Geheimgang kommen wir hinein. Die Prinzessin ist wahrscheinlich im Keller gefangen. Oh, na dann lasst uns reingehen. Warte! Wir werden erwischt, wenn wir alle auf einmal reingehen. Ihr wartet hier, okay? Tayo und ich gehen rein. Nur ihr beide? Ich weiß nicht. Keine Sorge, Lani. Wir holen die Prinzessin sicher raus. Binst du bereit, Quick? Quick! Sei vorsichtig, Tayo! Quick! Wohin gehen wir jetzt? Ich bin sicher, dass es irgendwo ein Tor gibt. Da ist es! Das Gefängnistor! Also ist die Prinzessin da drin? Warte! Das war aber knapp! Okay, jetzt können wir gehen. Das ist das Tor! Okay, ich warte hier draußen und halte Wache. Du gehst rein und holst die Prinzessin. Okay, ich bin gleich zurück, Quick! Okay! Oh, Tayo! Was war das? Prinzessin Rei! Tayo! Prinzessin! Geht es dir gut? Oh, Tayo, du bist gekommen! Vielen Dank! Wir müssen von hier verschwinden! Steig ein! Okay! Oh nein! Das Tor ist geschlossen! Wolli! Jetzt hab ich dich! Ja, du Trottel! Du bist auf meinen Trick reingefallen! Deinen Trick? Quick! Was machst du denn? Tut mir leid, Tayo. Ich hatte keine Wahl. Das gibt's doch nicht! Wo sind meine Freunde? Was ist passiert? Du meinst diese Typen? Oh nein! Jetzt kann dir niemand helfen. Soldaten! Werf diesen Angsthasen auch ins Gefängnis! Aber du hast es versprochen! Versprochen? Ich hab keine Ahnung, wovon du redest! Hey, Anne, kommt uns! Lass ihn doch! Dieser Angsthasen wird nichts tun! Ich habe bereits bekommen, was ich wollte! Tut mir leid, Tayo. Ich habe dich und deine Freunde in Gefahr gebracht. Es ist nicht deine Schuld, Konfessin! Quick war ein Verräter! Quick ist kein Verräter! Quick ist kein schlechter Kerl! Es ist alles meine Schuld! Was meinst du? Quick hat nur versucht, mich zu retten! Dich zu retten? Ja, ich bin Quicks Freundin, Noah. Wolli hat versprochen, mich freizulassen, wenn Quick euch herbringt. Aber er hat sein Versprechen gebrochen. So war das also! Es tut mir leid. Und Quick auch. Das ist schon okay. Jetzt müssen wir einen Weg hier rausfinden. Ja, aber das können wir leider nicht, ohne erwischt zu werden. Es sei denn, wir wären unsichtbar. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß! Dann müssen wir einfach unsichtbar sein. Was? Wie machen wir das? Tayo, du hast doch den Klee-Aufkleber. Den Aufkleber, ja! Toll, das ist es. Mit diesem Aufkleber können wir für kurze Zeit unsichtbar werden. Wow, wirklich? Wie im Leben! Rupi! Rupidi! Rupi! Wow! Er verschwindet! Wow! Wow, das ist der Wahnsinn! Noa, wir brauchen deine Hilfe. Meine Hilfe? Hilfe! Hä? Was ist los? Die Prinzessin und Tayo sind entkommen. Hä? Ah! Es stimmt! Wo sind sie hin? Jetzt, Tayo! Los geht's! Okay! Jetzt krieg ich aber Ärger! Oh, meine Güte! Oh nein! Hey! Ach, komm schon! Sofort stehen bleiben! Ah! Oh nein! Oh nein! Komm schon, Prinzessin! Los geht's! Ja! Oh nein! Die Prinzessin und der Bus entkommen! Schnappt sie euch! Ah! ist gelangt! Vor stehen bleiben! Letztes Tor! Oh! Oh! Es schließt sich! Oh nein! Oh nein! Ah! Oh! 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 Wir haben es geschafft! Hurra! Wir haben es geschafft! Hurra! Juhu, Tayo! Vielen Dank! Das war der Wahnsinn! Nichts zu danken! Jetzt gehen wir unsere Freunde finden! Das glaube ich weniger! Hahaha! Tayo, der kleine Bus! Wie kannst du es wagen zu fliehen? Du kannst mir nicht entkommen! Was machen wir jetzt? Es ist deine letzte Chance! Gib mir die Prinzessin und ich lasse dich und deine Freunde frei! Niemals! Das tun wir nie! Also gut dann! Soldaten! Nehmt alle drei gefangen! Warte! Tayo, lass mich raus! Prinzessin Rei! Das ist alles meine Schuld! Lass mich raus! Nein Prinzessin! Du musst an deine Freunde denken! Aber... Es ist der einzige Weg sie zu retten! Na los! Hahaha! Bitte, denk an dein Versprechen! Ja, natürlich! Hahaha! Okay! Prinzessin Rei! Hahaha! Lass Tayo gehen! Hahaha! Ihr Trossel! Nehmt die beiden gefangen! Sofort! Was? Du hast aber versprochen sie freizulassen! Wann soll das gewesen sein? Hahaha! Ja! Es ist alles aus! Oh! 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 Oh, hallo! Bleib stehen! Ihr Schurken! Wir sind Dienen hergekommen! Haia! 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 Geht es dir gut? Ja! Die Dieninnen kommen! Quick hat uns geschreit und braucht dir die Kleeblätter her, um zu helfen! Ja! 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 Quick! Ja! 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 Was? Was ist los? Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Juhu! Wir haben sie! Wie können sie es wagen? Steht nicht so rum! Schnappt sie euch sofort! Ah! Wo sind denn alle? Ah! 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 Ich nehme es mit euch allen auf! Ah! Wir haben keine Angst vor dir! Dann lasst uns kämpfen! Ah! Ah! Ich schenk euch nächstes Mal! Ah! Ah! Vielen Dank euch allen! Kein Problem! Wir haben gerne geholfen! Ah! Freunde! Es tut mir leid, dass ich euch ausgetrickst habe! Ah! Schon okay, Quick! Du hast uns ja schließlich gerettet! Ah! 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 Freunde! Ah! 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 Deinen sicheren Halbflug! Werden wir! Ah! Ah! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Und? Los geht's! Bist du nicht froh, dass wir mitgekommen sind? Hm? Ja! Danke, dass ihr mitgekommen seid! Haha! Oh! Was ist los? Oh! Wir haben kein Tromzug mehr! Oh! Oh! Ah! Oh! Was ist denn los? Prinzessin Ray? Oh! 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 Was ist passiert? Wie? Hattet ihr etwa alle den gleichen Traum? Traum? Wie können wir alle den gleichen Traum haben? Also gut, Kinder. Steht auf und macht euch fertig für die Arbeit. Okay! Okay, los geht's! Warte, Rogi! Die tapferen kleinen Busse haben Prinzessin Ray gerettet. Aber war das wirklich nur ein Traum? Bis zum nächsten Mal!